Was hast du geschrieben? Ich bin von Frank enttäuscht, weil er widersprüchlich und zu wenig liebevoll ist. Dinge macht, die wehtun, ständig an mir herumnörgelt und mich nicht heiraten will. Frank will dich also nicht heiraten. Kannst du dir absolut sicher sein, dass das wahr ist? Nein. Und wie reagierst du, wenn du diesem Gedanken glaubst? Was geschieht dann, wenn du mit Frank bist und daran denkst, er will mich nicht heiraten? Ich ärgere mich, bin enttäuscht und verletzt und fühle mich doof. Wer wärst du ohne diese Idee, Frank will mich nicht heiraten? Schließ deine Augen und stell dir vor, du bist mit Frank zusammen, so wie du es kennst. Ihr habt zusammen gegessen, ihr seid unterwegs, vielleicht im Auto. Veränder nichts daran. Sieh dir einfach euer gemeinsames Leben an. Aber ohne die Vorstellung, er will mich nicht heiraten. Wer wärst du ohne den Gedanken, er will mich nicht heiraten? Viel glücklicher. Ja. Entspannter. Ja, das gleiche Leben mit den Gedanken ist stressig und führt zu Streit mit Frank. Ohne diese Idee ist es entspannt und ihr habt eine wirklich gute Zeit. Das stimmt. Ich wär mehr da und im Moment. Also, geh es um. Frank will mich nicht heiraten. Dreh es um. Er wird mich heiraten. Könnte passieren. Könnte? Könnte passieren. So, lies das nochmal. Da war noch was. Ich bin von Frank enttäuscht, weil er unklar und zu wenig liebevoll ist. Dinge macht, die mir wehtun und ständig an mir rumnörgelt. Frank nörgelt ständig an dir herum. Ist das wahr? Nein. Nein, sehr gut. Gut zu wissen. Also, geh es um. Frank nörgelt ständig an mir herum. Wie könnte ein Gegenteil davon lauten? Er nörgelt nie. Okay, aber das scheint so nicht zu klappen. Nein. Gut, manches stimmt, manches nicht. Findest du eine andere Umkehrung? Frank nörgelt ständig an mir herum. Versuch's mal mit ich. Ich nörgle ständig an mir selbst herum. Kann ich mir mal ansehen. Nenn mir ein Beispiel, wo es stimmt. Besonders dann, wenn du mit Frank zusammen bist. Wenn ich mich darüber ärgere, dass er sich nicht binden will, bin ich manchmal recht aufgebracht ihm gegenüber. Ja. Lass uns das Nächste ansehen. Ich möchte, dass Frank mitteilsamer und akzeptierender ist und sich zu mir und zu unserer Beziehung bekennt. Das gefällt mir gut. Dreh's mal spaßeshalber um und wende es auf dich selbst an. Ich sollte mitteilsamer und akzeptierender sein und zu unserer Beziehung stehen. Wow. Das verändert alles. Ja. Wow. Ich kann sehen, wo ich nicht zu unserer Beziehung stand und wo ich nicht mitteilsam war. Ich war noch mehr enttäuscht, als ich nicht bekam, was ich mir wünschte. Ja. Wow. Okay, lass uns das Nächste ansehen. Frank sollte verständnisvoller sein. Ist das wahr? Frank sollte verständnisvoll sein. Denk an die Person in deinem Leben, auf die das zutrifft. Dieser Mensch sollte verständnisvoller sein. Kannst du dir absolut sicher sein, dass das wahr ist? Denn wozu brauchst du noch Gott, wenn du deiner Meinung so sicher bist? Weißt du, wir sind wie Diktatoren mit unseren Ideen. Du solltest verständnisvoller sein und du müsstest dies und jenes tun und ich sollte dies machen. Wir kommandieren die Welt herum. Wir sind nicht wirklich da. Er sollte verständnisvoller sein. Kannst du absolut sicher wissen, dass das wahr ist? Nein. Das sollte er nicht. Er braucht das nicht. Ja, er sollte einfach Frank sein. Einfach er selbst, genau. Wie geht es dir also, wenn du diesem Gedanken glaubst und er versteht dein Verhalten nicht, wenn du wütend bist? Mein ganzer Körper fängt an wehzutun, mit Schmerz im Herzen und überall. Ja. Das passiert, wenn wir unseren Gedanken glauben. Das passiert, wenn wir anfangen, vom Kopf aus die Welt kontrollieren zu wollen. Verstehst du? So erschaffen wir unsere Welt. Er sollte verständnisvoller sein, besser verstehen. Wir erschaffen uns diese Welt, weil sie so nicht existiert. Wir versuchen sie zu einem vorgestellten Utopia umzuformen. Und die ganze Zeit über kapieren wir nichts. Wir wenden es nicht auf uns selbst an. Das stimmt. Ich verstand seine Lage nicht und was in ihm vorging. Gut. Sehr gut. Wer wärst du also ohne den Gedanken, Frank sollte verständnisvoller sein? Stellt euch eure Leben ohne diesen Gedanken vor. Wer wärt ihr ohne diese Idee? Ich erwarte nicht, dass mich irgendwer richtig verstehen kann. Und selbst wenn andere das tun, was habe ich davon? Ich würde gern wissen, ob ich dich richtig verstehe. Kann ich dir einfach zuhören und da sein und dich verstehen? Wer wärst du ohne diesen Gedanken? Ich wäre freier. Ruhiger. Genau. Ich wäre absolut ruhiger. Nein. Pass auf. Lass uns an einen Ort gehen, der sehr spannend sein kann und zu dem ich euch alle einlade, mir zu folgen. Meine Liebe, schließ die Augen und versuch dir Frank vorzustellen, wie er dich wieder mal absolut nicht versteht. Hast du es? Er kann es einfach nicht. Okay? Sieh ihn dir an. Lass deine Geschichte einen Moment lang los und sieh dir Frank an. Sieh ihn dir ganz genau an. Schau dir seine Augen an, sein Gesicht. Wen kannst du sehen? Was siehst du? Ich sehe seine Liebenswürdigkeit. Und auch wie liebevoll er ist. Da ist ein bisschen Angst, aber trotzdem auch der Wille, ganz da zu sein. Ich denke, du siehst Frank so zum allerersten Mal. Gut. Ja. Das ist es, was ich an The Work so mag. Weißt du, ich habe gelernt, dass es keine zwei Leute gibt, die sich wirklich begegnet sind. Wir sehen nicht mehr in unsere Kinder richtig, weil wir ihnen ständig vorschreiben, was das Beste für sie ist. Und da sind Leute, die wir sogar heiraten wollen, ohne sie zu kennen. Verstehst du? Und das nach 30 Jahren Beziehung mit ihnen. Wer wäre ich ohne meine Geschichten? Was bin ich ohne meine Geschichten? Wunderschön. So ist es. Also dreh's um. Kehr die Vorstellung um. Ich sollte mehr Verständnis haben. Genau. Für dich und für Frank. Versteh dich selbst besser und halt dich zurück, wenn du merkst, dass du reagierst und ärgerlich wirst. Bemerk es einfach und sei ein wenig nachsichtig mit dem lieben Wesen, das du ich nennst. Und auch für das, was mit mir geschieht. Ja, genau. Wie lautet das Nächste? Frank sollte nicht so kritisch und entschlossener sein, mich zu heiraten. Frank sollte also nicht so kritisch sein. Ist das wahr? Kannst du absolut sicher wissen, dass das wahr ist? Nein. Ich mag es, dass mich Leute kritisieren. Wie sonst sollte ich wachsen können? Falls ich an mir selbst nichts bemerke, so werden es die Leute, mit denen ich lebe, umso mehr tun. Sie sehen jeden Makel an mir. Sie helfen mir, mir selbst gegenüber wachsamer zu werden. Nenn mir mal eine dieser Kritiken von Frank, die sich wie ein Stich ins Herz anfühlen. Ich sei übertrieben gesellig. Hat er recht? Ich glaube nicht, dass das so ist. Vielleicht aus seiner Sicht und so, wie er lebt. Aus seiner Sicht schon. Also hat er recht. Das ist seine Welt, aus der heraus er lebt. Du bist für deine eigene Welt nicht so gesellig, aber für seine Welt bist du es. Aber es kränkt mich. Okay. Gut. Lass uns mal einen Dialog führen. Du bist Frank. Okay. Und ich bin jemand, der ihn sehr liebt. Ich wäre du. Okay? Gut. Jetzt demonstriere mir das mal. Du kannst dabei auch etwas übertreiben. Wie er sagt, du bist zu gesellig. Dauernd gehst du aus. Du musst ständig mit Freunden sein. Nie nimmst du dir Zeit, nur für mich. Ich komme immer nur an zweiter Stelle in deinem Leben. Bei allem, was du tust und woran du Spaß hast. Reisen, ausgehen, es sich schön machen. Oh, Schatz, das muss furchtbar sein. Ich höre, ich höre, dass du glaubst, du kennst nur an zweiter Stelle für mich. Ich höre auch, dass ich deiner Meinung nach lieber mit anderen wäre. Und weißt du, manchmal ist es wirklich so, dass ich es lieber sein würde. Stimmt das nicht? Doch, es ist so. Die Wahrheit macht dich frei. Ja. Das stimmt, genau. Du hast recht, Schatz. Manchmal würde ich lieber mit anderen sein. Doch weißt du, du stehst an erster Stelle für mich. Ich liebe dich. Und zugleich bin ich auch gern in der Gesellschaft von anderen. Was wäre denn das Schlimmste, was er darauf antworten würde? Ich denke, du befürchtest da etwas, sonst würdest du ihm die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit lautet, manchmal bist du wirklich lieber mit anderen. So ist es. Deshalb verstecken wir es vor ihnen, als ob es nicht wahr wäre. Aber es ist wahr. Wenn wir das zurückhalten und jemand spricht es aus, dann greifen wir an. Genau. Und genau da verlässt uns die Wahrheit. Er sagt, du bist lieber mit anderen. Und du antwortest, wie kannst du das sagen? Ich liebe dich doch. Verstehst du? So geht es immer weiter und weiter und weiter. Genauso bin ich. Ja. Und Abwehr ist der erste Schritt zum Krieg. Die Wahrheit bleibt außen vor. Jemand ist nicht an ihr interessiert. Es ist so, wie Wayne heute über Selbstverwirklichung gesprochen hat. Dass wir alle genau mit denjenigen Menschen zusammen sind, die uns das ermöglichen. Er sagt also, du bist lieber mit anderen zusammen und du wirst aggressiv. Wir nennen es Abwehr. Aber es ist ein Angriff. Es fühlt sich sogar wie Angriff an. Weil wir genau das tun. Wir wehren etwas ab, was wahr ist. Und dann wundern wir uns, dass wir nicht aufmerksam sind. Und dann wundern wir uns, dass wir nicht aufmerksam sind. Dabei verlieren wir eben damit unser Gespür. Wenn dich also jemand das nächste Mal kritisiert und du bemerkst, wie du in scheinbar völlig berechtigter Abwehr zum Angriff übergehst, dann fang es an zu spüren. Versuch in diesem Moment, den Stress und den Angriff und die Abwehr zu spüren. Und wie das alles deinen Körper umtreibt. Man nennt es Krieg. Versuch mal gerade in dem Moment, wenn du damit anfängst anzugreifen, dir all dieser Gefühle bewusst zu werden. Und hör diese kleine Gebetsglocke läuten und halte dich zurück und frage dich, kann es sein, dass er Recht hat? Wäre das möglich? Wenn ich etwas abwehre, muss ich irgendwann zugeben, dass derjenige, den ich durch meine Abwehr angriff, Recht hatte. Es ist also die Wahrheit, vor der wir uns fürchten. Und deswegen führen wir Krieg. Und wer fängt den Krieg an? Das wäre dann ich. Es braucht keine zwei, um einen Krieg zu beginnen, einer reicht. Wenn es also Krieg in meiner Familie gibt, dann habe ich ihn angefangen. Wenn ich mir das klar mache, kann ich handeln. Ist das verständlich für dich? Weil ich die Macht habe, den Krieg zu beginnen, habe ich auch die Macht, ihn wieder zu beenden. Und wenn ein Mensch ausreicht, um Krieg in dieser Welt zu beenden, dann kann Schluss sein mit Krieg. Wenn du es nicht tust, wird es nicht geschehen. Es kommt auf dich an. Nur auf dich, auf dich allein. Das ist die ganze Wahrheit. Du bist derjenige. Das ist so. Du kennst das. Die Regierungen und Länder sollten damit aufhören, Krieg zu führen. Aber in meinem persönlichen Leben funktioniert es. Verstehst du, sind wir nicht trotz allem immer noch zusammen? Friede. Er fängt bei dir an. Er beginnt bei dir oder er beginnt nirgendwo. Nächster Punkt. Okay, ich will, dass Frank netter und liebevoller zu mir ist und zu mir steht und sich für mich einsetzt. Kehr es um. Du kennst das mit der Umkehrung. Was hat es wirklich mit mir zu tun, wenn mich jemand liebt? Wenn mich andere lieben, glauben sie nur an das, was sie über mich denken. Sie projizieren das dann auf mich. Und ich liebe sie dafür. Die Liebe. Wenn du dir die Momente ansiehst, in denen du Liebe spürst, dann merkst du, dass es nicht der andere ist, den du liebst. Die Liebe kommt aus dir. Sie zeigt dir, dass du in der Lage bist zu leben. Ich liebe meine beiden Kinder und meinen Mann. Alle drei. Und da kann ich auch nicht viel machen. Immer wenn ich an sie denke, kann ich nicht anders, als sie durch meinen Verstand zu sehen. Deshalb heißt die Frage nicht, liebst du mich, sondern liebe ich dich. Weil wir nur dort im Gleichgewicht sind. Dort begegnen wir unserer wahren Natur. Und diese Selbsterkenntnis, wenn wir nur wach genug für uns selbst sind, sagt uns, Du bist es, mit dem du morgens aufwachst, du bist es, mit dem du geboren bist, du bist es, der dein Lieblingsessen und deinen Lieblingsfilm mag. Du bist auch der, mit dem du abends schlafen gehst. Du solltest also zunächst denjenigen lieben, mit dem du bist. Denn wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wie kannst du es von uns erwarten? Und wenn du dich nicht selbst lieben kannst, wie kannst du dann andere lieben? Da du das auf sie projizierst, was du selbst denkst. Lass uns noch ein wenig damit spielen. Nehmen wir an, jemand kommt die Treppe rauf. Sagen wir, Steven, mein Ehemann. Er kommt morgens in mein Zimmer. Er kommt also morgens rein und sagt, hallo Schatz. Und ich denke im Stillen, der hat gut reden. Er weiß sehr gut, was er getan hat. Und damit mache ich mich zu. Verstehst du, ein Feind kam gerade herein und alles, was er sagte, war, guten Morgen, mein Schatz. Und wieder ein andermal kommt er herein und sagt, guten Morgen, mein Schatz. Und ich sehe ihn an und denke, oh mein Gott. Was habe ich für Glück, dass ich überhaupt einen Mann wie Steven gefunden habe? Ist er nicht umwerfend? Ist er nicht wunderbar? Sieh dir nur sein Lächeln an. Okay, ich habe mich in dem Moment selbst animiert. Es waren meine eigenen Gedanken, auf die ich reagiert habe. Und sein Beitrag war lediglich, ins Zimmer zu kommen und guten Morgen, Schatz, zu sagen. Ich sehe also das, was ich denke. Wir sehen das, woran wir glauben. Und wenn wir unseren Gedanken glauben, wird die Welt ziemlich klein. Außer, diese Gedanken sind näher dran an unserer Natur. Die aus Liebe und Akzeptanz und freudiger Erwartung darauf besteht, was als nächstes geschieht. Denn wenn du liebst, kümmerst du dich nicht darum, zu denken. Du brauchst es auch nicht, weil nur Gutes geschehen kann. Deshalb ist es immer eine gute Erwartung. Es ist so wie, jeden Tag Weihnachtsgeschenke aufzumachen. Das ist eine wunderbare Sache, der nicht wissende Verstand. Und verstehst du, Partner sind wunderbar. Sie finden deine wunden Punkte. Genau dafür sind sie da. Jeder Mensch ist Gott im Verborgenen und weiß deshalb genau, welche Knöpfe er bei dir drücken soll. Und was bei dir noch zu tun ist, damit du den nächsten Schritt zur Selbstverwirklichung vollziehst. Lass uns das nächste ansehen und weitergehen. Hin zu dir, zu deinem wunderbaren Selbst. Frank ist unklar, wütend, frustriert und voller rechthaberischer Ansichten. Also kehr es um. Ich bin unklar. Es geht um Frank. Er sagt die Wahrheit und du behauptest, dass er das nicht tut. Ja. Wie heißt das nächste? Ich bin wütend. Ja, auf Frank. Weil du deinen eigenen Gedanken über ihn glaubst. Bei mir ist es so, dass ich nie auf Stephen wütend sein könnte. Ich nehme einfach einige Gedanken über ihn wahr, die ich noch nicht hinterfragt habe. Kein Wunder, dass ich wütend bin. Ich glaube meinen Gedanken. Derjenige, mit dem ich bin, ist immer unschuldig. Das heißt nicht, dass die anderen das nicht tun würden, was sie tun. Aber meine Gedanken über sie, verstehst du? Das ist der Bereich, in dem ich etwas bewirken kann. Es macht mich frei dafür, fragen zu können, wie kann ich helfen? Und wir leben unser Leben am glücklichsten, wenn wir fragen, wie kann ich helfen? Und weiter? Ich bin enttäuscht. Klar, besonders von Frank. Frank? Ja. Und weiter? Ich bin frustriert wegen seiner Rechthaberei. Okay, gut. Cash um. Ich bin frustriert über meine Rechthaberei. Ja. Und weiter? Das war alles. Okay, schauen wir uns das letzte nochmal an. Ich will auf keinen Fall eine Zurückweisung erfahren. Ich bin bereit. Ich bin bereit, von Frank zurückgewiesen zu werden. Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, von Frank zurückgewiesen zu werden. Nochmal, was ist das Schlimmste, was er sagen könnte, wodurch du dich zurückgewiesen fühlst? Dass er sich nicht an mich binden will. Gut. Sag mir jetzt ein Beispiel dafür, warum dein Leben besser wäre, wenn er dich total zurückweisen würde. Warum wäre dein Leben ohne Frank besser? Ich wäre frei, jemand anderen zu suchen. Das ist ein Grund. Vielleicht einen geselligen Typ. Ja. Inwiefern wäre dein Leben besser, wenn er dich zurückweisen würde? Ich könnte mehr reisen. Und mit weniger schlechten Gewissen. Reisen tust du sowieso, aber es gibt zwei Arten, mit schlechten Gewissen oder ohne. Ja, genau. Gib mir noch ein Beispiel dafür, warum dein Leben ohne Frank besser wäre. Ich müsste mich nicht dafür schuldig fühlen, ihn so zu behandeln, wie ich es getan habe. Das wäre ein dritter Punkt. Es ist wunderbar, wenn du demjenigen nicht wehtust, den du liebst. Wenn er dich also total zurückweisen und dir sagen würde, dass es aus ist, dann ist das etwas, wofür du dankbar sein kannst. Du könntest dir sagen, solange ich nicht gelernt habe, ihn nicht zu verletzen, ist es gut, dass er das nicht erleiden muss. Ich arbeite weiter daran. Ja, es tut sehr weh, wenn wir die verletzen, die wir lieben. Und das geschieht durch unsere Abwehr. Verstehst du, wir sind im Krieg mit dem, was ist. Und wir sind im Krieg mit dem unoffenen Verstand. Dem Ich-weiß-Bescheid-Verstand. Was sagt er also? Gib mir noch ein Beispiel, wo du dich zurückgewiesen oder verletzt fühlst. Dass meine Vergangenheit ihn zu schaffen macht. Er ärgert sich über deine Vergangenheit. Was hat das mit dir zu tun? Absolut nichts. Gut zu wissen. Lass uns in Dialog gehen. Du bist er und ich bin jemand, der ihn sehr liebt. Ich wäre du. Gut. Du hast all diese Sachen gemacht. Du warst an all diesen Orten. Du hast dich ausgelebt in deinem Leben. Und hast dich dabei nie auf eine tiefere Beziehung eingelassen. Was stimmt bloß nicht mit dir? Alles, was du getan hast, bevor wir uns getroffen haben, macht mir sehr zu schaffen. Weißt du, wenn du das alles so aufzählst, was ich getan habe, muss ich dir in allem zustimmen. Ich habe das alles gemacht. Aber du hättest es nicht tun sollen. Konntest du nicht anders? Weißt du, wenn ich ehrlich bin, ich konnte nicht. Ich will nur dein Bestes und du hättest es besser wissen sollen. Ach, weißt du, das wäre toll, wenn es so laufen würde, aber so ist es nun mal nicht. Aber danke für deine Hilfe. Schau mal, ich wusste gar nicht, dass du so viel Geduld mit mir haben kannst. Weil ich diese Reisen liebe und weil ich mich so mag, wie ich bin. Es tut mir wirklich leid, dass es dich verletzt, doch ich werde wohl so bleiben. Ich muss dich also so nehmen, wie du bist. Du musst mich nicht so nehmen, wie ich bin, aber dein Leben wäre ein ganzes Stück einfacher, wenn du es tätest. Nochmal, mein Schatz. Ich liebe dich aus ganzem Herzen, aber ich werde so bleiben, wie ich bin. Ich denke, das ist die Wahrheit. Ja. Weißt du, du bist so wunderbar, Schatz. Du bist einfach so begeisterungsfähig. Und es wäre toll, wenn du dazu stehen würdest und das als einen Wert bei jedem schätzt. Verstehst du, ich sehe einfach, dass er dir die Wahrheit sagt. Ja, er kennt dich ziemlich gut und er zeichnet ein wunderbares Bild von dir. Es ist nur so, dass er es selbst noch nicht verstehen kann. Ja, genau so ist es. Gut, ich möchte dich dazu einladen, sehr geduldig und liebevoll zu sein und an ihm zu üben, was wahr ist und was nicht. Ich danke dir für's. Es war mir eine Freude. Was hast du notiert? Ich bin von Roger enttäuscht, weil er nicht liebevoll ist und sich zu wenig mit mir austauscht. Er tauscht sich zu wenig mit dir aus, ist das wahr? Er kommuniziert nicht so, wie ich es gern hätte. Oh, das ist was anderes. Das kannst du von der ganzen Welt sagen. Das ist wohl richtig. Wie reagierst du also bei dem Gedanken, er tauscht sich nicht mit mir aus und so ist es? Ich mache mich irgendwie zu und... Sagst nichts mehr. Ja, ich höre auf. Kehrst mal um. Ich bin über mich enttäuscht, weil ich nicht liebevoll bin und zu wenig kommuniziere. Ja, ist dir aufgefallen, dass du nicht liebevoll bist, wenn er sich nicht auf diese Weise mit dir austauscht, die du gerne hättest? Ja, habe ich gemerkt. Dann lade ich dich ein, ihm deine Zuneigung zu zeigen, wenn es nicht so läuft, wie du willst. Und sieh dir an, ob das überhaupt geht. Okay, ich versuche es mal. Gib mir ein Beispiel dafür, wie er nicht kommuniziert. Er ist super abwehrend und wenn ich ihn etwas frage, antwortet er mit einer Gegenfrage. Okay, was wäre ein Beispiel? Was sagt er, wenn du fragst, Schatz, wie geht's dir? Ich muss mal überlegen. Hast du gehört, was Eimes gerade sagte? Nein, nicht so richtig. Und wie geht's dir? Naja, dann redet er darüber, wie lächerlich die Lage im Irak ist. Sieh mal, Schatz, du kannst dich gut ausdrücken. Du erzählst mir alles, was du gerade hörst. Das zeigt mir, dass es dir selbst ganz gut geht. So kann man es auch sehen. Nun, er drückt sich in klarer Weise aus. Er stellt ja einfache Fragen wie die nach Eimes. Verstehst du? Und du antwortest ihm nicht. Nein, und zwar, weil ich die Show von Eimes nicht anschaue. Okay, dann wäre das die Antwort. Nein, Schatz, ich schaue mir Eimes nicht an und ich habe nicht gehört, was er sagte. Was war es denn? Und wahrscheinlich würde er es dir gerne erzählen. Klar, ständig, in einem Wort, ohne aufzuhören. Du willst dich nicht mit ihm in der Weise austauschen, die er gerne hätte. Das stimmt. Sehr gut. Er ist also dein perfekter Spiegel, stimmt's? Stimmt. Er drückt sich klar aus. Ja, gut, das nächste. Ich möchte, dass Roger mich anfasst und liebevoll und zärtlich ist. Bittest du ihn darum? Ja, manchmal frage ich. Und sagst du ihm, ich hätte gerne, ich möchte, was genau? Dass du mich anfasst und zärtlich und liebevoll bist. Okay, du sagst also, Roger, ich möchte, dass du mich anfasst und zärtlich und liebevoll bist. Das sagst du ihm. Und wie reagiert er darauf? Lass es uns mal nachspielen. Roger, ich möchte, dass du mich anfasst und zärtlich und liebevoll bist. Und ich hätte gern, dass du es jetzt tust. Eine konkrete Zeitangabe ist immer gut. Schön, dann wird er zu mir kommen und mir einen flüchtigen Kuss geben. Ach, das ist süß. Und dankst du ihm dafür? Ja. Okay, also, Schatz, bitte mach das nochmal. Nur halt mich dabei fest und nimm dir mehr Zeit. Okay. Okay? Okay. Gut. Sie geben uns nur einen flüchtigen Kuss und dann erstarren wir innerlich und gehen weg. Dann kreisen unsere Gedanken um sie, bis wir aggressiv werden. Dabei denkt er, er habe doch alles richtig gemacht und das alles, weil du dich nicht richtig ausgedrückt hast. Stimmt. Du bist einfach ausgestiegen. Dabei wäre die Botschaft an ihn, hey, Junge, eigentlich braucht es gar nicht viel, um sie glücklich zu machen. Ja, genau so ist es. Du hast recht, ich beklage mich nicht. Ich nehme es einfach hin. Und du denkst, er sollte den Unterschied kennen, doch er weiß sie nicht, weil du es ihm nicht sagst. Richtig. Gut. Was kommt als nächstes? Na ja, der Abschluss davon lautet, ich möchte, dass er mit mir über seine Gefühle spricht. Okay, Schatz, erzähl mir was von deinen Gefühlen. Ich würde wirklich gern wissen, wie du dich fühlst. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Dann ist es kein Wunder, dass du nichts dazu sagst. Das war mir immer ein Rätsel, jetzt weiß ich wenigstens Bescheid. Und ich rede auch nicht gerne über meine Gefühle. Das habe ich verstanden. Wie fühlt sich das an, wenn ich dich bitte, über deine Gefühle zu reden und du das nicht willst? Dazu mag ich nichts sagen. Ist es okay für dich, wenn ich es tue? Ehrlich gesagt, es interessiert mich nicht. Gut, gut. Möchtest du wissen, wie es mir damit geht? Nicht wirklich. Wow. Du klingst, als wüsstest du sehr genau, was du willst. Ja, das tut er. In dem Fall werde ich wohl mit meinen eigenen Gefühlen arbeiten. Du bist offensichtlich okay. Du sagst es, ja. Gut, das Nächste. Roger sollte aufmerksamer für meine inneren Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle sein und mir seine eigenen zeigen. Ist das wahr? Kannst du dir sicher sein, dass das wahr ist? Naja, manchmal glaube ich das. Aber eigentlich nicht. Sieh mal, das ist der Roger, wie du ihn dir vorstellst, wie er sein soll, nicht der Roger, den du geheiratet hast. Da liegt ein großer Unterschied. Ja. Hier ist der Roger deiner Vorstellung und da ist der wirkliche. Das stimmt. Du hast den wirklichen geheiratet, nicht den anderen. Ja. Und jedes Mal, wenn du willst, dass er wie in deiner Vorstellung sein soll, zeigt er dir den wirklichen Roger. Ich dachte, er würde sich ein wenig mehr öffnen, nachdem wir zusammen sind. Das war deine Vorstellung. Das war mein Bild von Roger, stimmt. Nicht von dem, den du geheiratet hast. Stimmt, haargenau. Hast du ihn sowas gefragt wie, glaubst du, dass du dich nach unserer Hochzeit näher öffnen wirst? Er würde vielleicht Nein sagen und dann würde dein Wunschdenken wohl weiter das tun, was du jetzt mit ihm machst. Und er bleibt Roger. Naja, eigentlich tat er es. Nach fünf Martinis war er sehr offen. Und, verstehst du, ich dachte, vielleicht geht es später auch ohne die fünf Martinis. Obwohl du sie gezählt hattest. Schau, das hört sich an wie Roger, ich habe einen großen Wodka-Vorrat im Haus. Jede Menge Gin. Woraus ist Martini gleich gemacht? Er mag Gin. Okay. Also, ich heirate Roger und halte eine Menge Gin bereit. Ja, und zwar, weil ich bemerkt habe, dass er ohne Gin nicht der Roger ist, den ich gerne hätte. Ich glaube also, ich werde ihn heiraten. Wenn jemand fragt, Trink-Torte, kannst du sagen, ich hoffe doch. So ist er, mein Mann. Okay, ich habe es kapiert. Okay. Okay. Das nächste. Roger ist mir gegenüber verschlossen, reserviert, in Abwehrhaltung und unsensibel. Kirsch um. Ich bin? Ich bin mir selbst gegenüber verschlossen, reserviert, in Abwehrhaltung und unsensibel. Manchmal? Manchmal. Ja, und nochmal. Ich bin? Ich bin gegenüber Roger verschlossen, reserviert, in Abwehrhaltung und unsensibel. Ja. Manchmal. Manchmal bin ich es. Lass uns das alles umkehren. Ich bin? Und dann das Gegenteil. Ich bin? Okay. Was war der Anfang? Roger ist verschlossen, reserviert und... Also, ich bin offen, ohne Abwehr und... Ich bin mir und Roger gegenüber offen, ohne Abwehr und sensibel. Ja. Ja. Und jetzt ebenso Roger ist... Roger ist mir gegenüber offen, sensibel und ohne Abwehr. Manchmal? Manchmal. Und der nächste Part? Ich will nie mein Bedürfnis nach seiner Liebe und Zuneigung spüren müssen. Ich bin bereit... Ich bin bereit zu spüren. Es könnte ihm helfen. Okay, meine Liebe, lass uns hier eine kleine Reise machen. Du brauchst Rogers Liebe und Zuneigung. Ist das wahr? Nein, nicht wirklich. Aber es fühlt sich so an. Du willst seine Liebe und Zuneigung. Ist das wahr? Ja. Und was ist mit Roger? Was soll mit ihm sein? Ich meine, er interessiert sich so sehr für Eimes, aber du willst seine Liebe und Zuneigung. Bist du dir darüber wirklich sicher? Ich meine es ernst. Sieh mal, wenn sie sich für ihre Bücher, ihren Sport, ihre Eimesse interessieren und du ihre Liebe und Zuneigung willst, da passt schon mal das Timing nicht zusammen. Das war nur ein Scherz, denn wenn du daran glaubst, dann machst du es auch. Aber du sagst, ich will seine Liebe und Zuwendung. Schliess mal deine Augen. Stell ihn dir vor, wie er Eimesse anschaut. Schau genau hin. Er ist ganz darin versunken. Jetzt kommst du. Ich will seine Liebe und Zärtlichkeit. Ist das wahr? Was würdest du wählen? Sieh ihn dir genau an. Was würde ich wählen zwischen ihm, wie er Eimesse anschaut? Sieh ihn dir an. Er geht ganz darin auf. Er geht ganz darin auf. Siehst du? Und dann kommst du mit dem Gedanken, ich will seine Liebe und Zuneigung. Verstehst du? Ist das wahr? Ist es das, was du willst? Wenn du ihn beobachtest, wie er Eimesse anschaut und du ihn wirklich sehen kannst? Ja. Nein. Nein. Ich unterbreche ihn nicht, wenn er Eimesse anschaut. Aber was ich meine ist, wenn du es dir ehrlich anschaust und siehst, wie glücklich es ihn macht, was willst du dann wirklich? Ich will nur, dass er glücklich ist. Und das ist er. Er ist sehr glücklich. Wenn ich zum Beispiel von Steven etwas will, während er gerade mit einem Buch beschäftigt ist und ich will seine Zuwendung, dann kuschel ich mich irgendwie an ihn an. Und er legt ganz natürlich seine Hand auf mich. Vielleicht auf meinen Kopf oder irgendwo hin. Und wenn er es nicht tut, helfe ich ein bisschen nach. Und er liest sein Buch weiter und sagt nicht, dass ich weggehen soll. Und so kann ich einfach davon ausgehen, dass er mich liebt. Ich glaube keinem Gedanken, der mir sagen will, dass er es nicht tut. Wenn es da doch solche Vorstellungen gäbe, würde ich sie hinterfragen. Und vor allem würde ich ihn zunächst selbst fragen. Falls er sagt, Schatz, ich liebe dich nicht, dann würde ich denken, ist das nicht spannend? Ist das nicht faszinierend, dass er mich nicht lieben will? Denn wenn du dich selbst liebst, denkst du, dass das jeder tut. Und ich weiß, dass jeder jeden liebt, nur wissen es noch nicht alle. Genau. Diese Gedanken, dass wir uns nicht um andere kümmern sollen oder andere Menschen runterziehen, sie wirken als Stress, weil wir es mit einem Verstand zu tun haben, der sehr verwirrt ist. Um es nochmal deutlich zu sagen, das Universum ist uns wohlgesonnen. Jeder deiner Gedanken, der in die Welt hinausgeht und sie negativ beurteilt, fühlt sich wie Stress an. Wir sind dann nicht in unserem natürlichen Fluss und in Harmonie mit dem Ganzen, so wie es eigentlich ist. Und nichts ist ausgeschlossen. Alles ist darin enthalten. Einfach alles und jedes. Danke, mein Schatz. Inklusive Roger. Ich ärgere mich über Untreue, weil ich sie akzeptieren muss, damit sie gar nicht erst vorkommt. Das klingt nach einer ziemlich wilden Theorie. Verstehst du, ich muss sie akzeptieren. Ist das wahr? Noch nicht. Ist das wahr? Ja. Du glaubst nicht an sie. Nicht bevor sie geschieht, stimmt's? So läuft das. Ich möchte, dass es Untreue überhaupt nicht gibt, dass sie keine Bedrohung darstellt für mich und dass es am Ende nicht immer darauf hinausläuft. Untreue sollte nicht das sein, vor dem ich Angst habe und vor dem ich mich nicht retten kann. Und sie sollte etwas sein, das ich beenden kann. Ich will den Gedanken an Untreue nicht ständig im Hinterkopf haben und mich von ihr verfolgt fühlen. Ständig lauert irgendwo Untreue. Dauernd muss man sich mit ihr beschäftigen und man kann ihr nicht entkommen. Ach Gott. Und ich will nie wieder betrogen werden. Oh, meine Liebe. Ich will auch nicht, dass Untreue mich scheitern lässt und ich immer wieder neu anfangen muss. Er hat dich also betrogen. Ist das wahr? Weißt du, ich kann mich dabei auch in die Zuhörer reinversetzen. Ich stelle die Frage, aber ich bin zugleich auch Zuhörer. Wenn ich also höre, ist das wahr, gebe ich innerlich eine Antwort, entweder Ja oder Nein. Um es nochmal zu sagen, unsere Arbeit hier ist Meditation. Du rufst dein eigenes Wissen ab. Du fragst dich, ist das wahr? Wenn du die Welt fragst, wird sie mit Ja antworten. Das heißt, einige werden Ja sagen und andere Nein. Ich will damit sagen, es ist eine chaotische Welt. Aber heute Abend lade ich dich ein, zur Quelle zu gehen. Zu dir selbst. Zu der Quelle, die in dir ist. Er hat dich betrogen. Versuch mal, sie hat mich betrogen. Oder er betrug mich mit, was immer das in deinem Leben sein könnte. Vielleicht war es Eifersucht zwischen Geschwistern. Sieh dir an, womit du arbeiten willst. Vielleicht war es eine frühere Beziehung. Dann stell da die Frage. Und wenn als Antwort kommt, ja, aber so und so, oder nein, weil so und so, dann weißt du, dass es nicht The Work ist. Denn das ist die alte Methode. In Wirklichkeit ist es entweder Ja oder Nein. Und deine Antwort ist genau die, nach der du gesucht hast. Nach der du gesucht hast. Und deine Antwort ist genau die, nach der du gesucht hast. Du kannst in dir großartige Lösungen finden und eine Welt entdecken, von der du nichts ahntest, bis du auf sie stößt. Und genau das ist es, wozu ich dich einlade. Er hat dich betrogen, ist das wahr. Sieh dir an, wie du die scheinbar einfachste Antwort geben willst. Sieh es dir lediglich an. Aber ich möchte dich bitten, dabei behutsam zu sein. Sehr sanft. Er hat dich betrogen. Ist das wahr? Denk nach. Denk nach. Dein erster Impuls mag Ja sein, aber ich lade dich ein, tiefer zu schauen. Geht da ganz rein. Hast du etwas ausgelassen? Vermisst du etwas? Erforsche das einfach. Nicht unbedingt, um deine Antwort zu ändern. Erforsche einfach, ob es möglich ist, dass du Unrecht hast. Wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. Und wenn du es dann gefunden hast, dein Ja oder Nein, dann gib ihm ein bisschen Raum. Sieh dir an, wie dein Verstand sich draufstürzen und deine Antwort rechtfertigen will. Das ist okay. Sieh es dir an und geh weiter behutsam mit dir um. Stell das alles einfach ein wenig beiseite und erlaub dir, deiner Antwort nachzuspüren. Er hat dich betrogen. Ist das wahr? Du willst eine Antwort? Wenn du sie in dir selbst gefunden hast, ohne Rücksicht darauf, was die Welt an deiner Stelle denken oder glauben würde, dann Ja. Ja, in meiner Vorstellung Ja. Ah, gut. Du kommst dir selbst auf die Spur. Halte diesen Moment fest. Wenn ihr heimgeht und The Work machen wollt, geht euer Arbeitsblatt durch. Ich wende mich an die, die das nacharbeiten wollen, nachdem sie von hier nach Hause gegangen sind. Ihr kommt heim und ihr erinnert euch an diesen Moment, als sie Ja sagte, dann sich selbst auf die Spur kam und zurückging. Die Antwort auf die erste und die zweite Frage, nur ein Wort, das ist alles, Ja oder Nein? Das war also ein Ja, stimmt? Okay. Er hat dich betrogen. Und jetzt achte auf die zweite Frage. Kannst du dir absolut sicher sein, dass das wahr ist, dass er dich betrogen hat? Was in aller Welt ist das für eine Frage? Spür dem nach. Spür dem nach. Es ist keine Fangfrage. Einfach, kannst du absolut sicher sein, dass das wahr ist? Und lass dich nicht von dem Wort absolut beirren. Es meint einfach, kannst du dir wirklich sicher sein, dass das wahr ist? Kannst du wirklich sicher sein, dass es wahr ist, dass er dich betrogen hat? Weil der Verstand antworten möchte absolut sicher. Doch das stimmt nicht. Ich kann nichts absolut sicher wissen. So versuchst du zu entkommen. Also bleib dran. Kannst du absolut sicher sein, dass es wahr ist, dass er dich betrogen hat? Nein. Einige von euch mögen denken, hat sie sie nicht alle? Was soll das? Andere werden sagen, hm, wo hat sie das denn her? Sie war sich da so sicher. Aber das ist nur euer Denken. Und ihr seid damit außerhalb von The Work. Schaut zurück auf euer eigenes Leben, wo euch jemand betrogen hat, und findet eure eigenen Antworten. Okay. Sieh dir die dritte Frage an. Wie reagierst du, wenn du diesem Gedanken glaubst? Was geschieht da? Was passiert dabei in deinem Erleben? Wie behandelst du den anderen? Wie gehst du mit dir selbst um? Welche Reflexe laufen da ab? Wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Was passiert in deiner Welt? Hm. Ich steige aus und bin dann nicht mehr richtig da. Ich ziehe mich selbst zurück und beobachte nur noch jede einzelne Bewegung. Gibt's da noch was? Schließ deine Augen. Ist da noch mehr? Wie reagierst du? Was geschieht, wenn du diesem Gedanken glaubst und all das abläuft? Diese Abspaltung, dieses Beobachten, dieses aufmerksame Beobachten und... Was ist da noch? Bei mir? Ich will wegrennen. Ich will da schnell raus. Und ich finde überall und in jedem Moment Fehler. Okay. Spür das genauer. Und was du als Antworten bekommst, sind Bilder und Vorstellungen und Gefühle, stimmt's? Sie zeigen dir etwas. Also, in der gleichen Situation... Wer wärst du ohne den Gedanken, dass er dich betrogen hat? Wer wärst du ohne den Gedanken, er hat mich betrogen? Wer wärst du in der gleichen Situation ohne diesen Gedanken? Alles, was mir einfällt, ist ich selbst. Ich würde nicht versuchen, so zu sein, wie ich glaube, dass er mich haben möchte. Und ich würde auch nicht versuchen, so zu sein, wie ich denke, dass ich sein sollte. Ja, spür das. Meine Güte. Weißt du, du beschreibst nichts anderes als dein Bedürfnis, was Liebe dir geben soll. Wenn er mich liebt, total und dabei hundertprozentig treu ist, dann fühle ich mich so. Das ist es, wie es dir ohne diesen Gedanken geht. Und jetzt kommt die große Frage. Ist seine Untreue das Problem? Oder das, woran du glaubst? Wir sind noch ein wenig früh im Prozess für einige von euch, die neu bei The Work sind. Also nimm wahr, wie er mit dem Gedanken zum Übeltäter wird. Ohne den Gedanken bist du wieder du selbst. Wie kann er also das Problem sein? Gibt es Fragen? Wenn es mir so vorkommt, dass die Ursache meines Leidens beim Anderen liegt, bin ich verrückt. Ich muss viel mehr mich selbst ansehen. The Work fordert hundertprozentige Verantwortung. Er hat mich betrogen. Okay. Wir haben also die vier Fragen gestellt. Lass es uns umkehren. Er hat mich betrogen. Nenne ein Gegenteil, eine Umkehrung, eine gegenteilige Sicht. Ich betrog ihn. Gut. Du konntest nicht widerstehen, nicht wahr? Schön. Wo hast du ihn also betrogen? Nenn mir ein Beispiel, wo du ihn betrogen hast. Jedes Mal, wenn ich ihn mit meinen Gedanken verlasse, habe ich in mir eine Art Geliebte in Form von kleinlichen, ängstlichen und unguten Gedanken über ihn. Vielleicht eher ein Geliebter, könnte ich mir vorstellen. Entweder, oder? Also heißt der Satz, er betrog mich in Umkehrung, ich betrog ihn. Ich sagte, dass ich ihn liebe, dass ich ihm treu bin, aber gefühlsmäßig war ich weit weg. Und hast du ihn betrogen? Wo hast du ihn in dieser Situation noch betrogen? Einige von euch hatten tatsächlich Liebschaften. Wo habt ihr euren Ehepartner oder Freund oder Freundin betrogen? Was mir einfällt, ist, dass es dieser ganze gefühlsmäßige Anteil des Betruges ist, der mich trifft. Und ich gebe ihm genau das nicht, was ich will, das er mir gibt. Ich gehe nicht zu ihm und rede offen mit ihm. Doch gleichzeitig sage ich zu ihm, du musst mir das geben. Dabei bin ich ein kleines verlogenes Luder. Genau. Du gibst ihm das nicht, was du erwartest, das er dir geben sollte. Überhaupt nicht. Er hat mich betrogen. Kannst du noch eine andere Umkehrung finden? Er hat mich nicht betrogen. Gib mir ein Beispiel dafür. Er hat mich nicht betrogen. Ich weiß keinen Fall. Das wäre schon mal eins. Eins wäre, ich habe keinen Beweis. Was noch? Er ist nicht viel wert, wenn du ihn nicht bearbeitet hast. Solange du das nicht hinterfragst, woran du glaubst. Es ist eine harte Welt. Okay, wir wollen uns nicht länger mit weiteren Beispielen aufhalten. Du betrügst ihn, wenn du annimmst, dass er untreu ist, aber dafür keinen Beweis hast. Hast du ihn gefragt? Ja. Und was hat er gesagt? Nein. Und wäre es möglich, dass er nicht lügt? Dass er dir die Wahrheit sagt? Möglich wäre es, ja. Und da du keinen Beweis hast, glaubst du einfach deinen Gedanken und er zahlt den Preis dafür. Und du selbst auch. Danke. Das war ein guter Anfang. Danke. 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 Vielen Dank.